Mit der Foto-App des iPhone und hier des iPad können Sie Bilder zurechtschneiden. Dazu öffnen Sie das Bild, gehen auf Bearbeiten und wählen hier das kleine Viereck, das ist das Zuschneiden-Symbol. Einmal drauf tippen und Sie sehen hier um das Bild herum einen Rahmen, den Sie größer und kleiner ziehen können. Innerhalb des Rahmens können Sie das Bild frei platzieren, um so den perfekten Ausschnitt zu finden. Das ist die eine Möglichkeit, ein Bild zurechtzuschneiden, die andere führt uns über die vorgegebenen Formatierungen. Das ist die Schaltfläche hier unten und hier haben Sie die Möglichkeit, ein festes Seitenverhältnis auszuwählen. Sie möchten zum Beispiel aus dem Bild ein Quadrat machen, dann schneidet Ihnen die Foto-App das Bild schon zurecht und Sie müssen es dann nur noch zurechtzupfen, wie es Ihnen gefällt. Sie können auch hier noch den Ausschnitt weiter ändern, sodass Sie hier ein quadratisches Bild haben oder Sie probieren es mit einer anderen Formatierung, wie hier zum Beispiel 4 zu 3, das ist das alte Fernseher-Format und können hier ebenfalls das Bild wieder platzieren. Sobald Sie zufrieden sind mit den Änderungen, tippen Sie hier auf das kleine Häkchen und das Bild wird gespeichert. Das war's, schönen Dank fürs Zuschauen und bis bald!